Ich bin Österreicherin. Ich bin Deutsche. Und sie muss jetzt Pudern erraten. Abpudern. Nee. Pupu machen. Pupu machen? Gib mal einen Tipp. Man macht es nicht mit seinen Geschwistern. Nett sein? Was macht man noch nicht mit seinen Geschwistern? Hast du gerade knicki-knacki gesagt? Kommentiert mal, wenn ihr es wisst.